Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer kleinen und kurzen Stream-Einkündigung. Ja, diese Woche ist der Stream, der ja immer zwischen Montag, Nachmittag, Donnerstag, Nachts und Freitagabend sich bewegt. Der wechselt ja immer durch jede Woche. Ist diese Woche am Freitag, das heißt natürlich heute. Und deswegen würde ich sagen, heute ab 18 Uhr werden wir ein bisschen wieder in Guild Wars reinschneiden. Ja, was ist heute geplant? Ich möchte mir diese Events wieder angucken. Wir haben ja vor einer Weile mit diesem Lay-Linien-Event begonnen. Es gibt ja jetzt wieder was Neues. Das würde ich mir gerne noch anschauen. Soweit ich das mitbekommen habe, glaube ich, hat eh sie das im Inventar, oder? Genau, sie hat nämlich hier so verschlüsselte Befehle im Inventar. Wir werden also mal gucken, was genau ist das, was macht das, was machen wir damit. Und wir werden ein bisschen mit der Welterkundung weitermachen. Aber wir werden auch genauso wieder ins PvP starten und ein paar PvP-Matches machen. Je nachdem kann es auch sein, dass wir eine T4-Fraktale reinfetzen. Also wir werden einfach so einen bunten Mix an Guild Wars machen. Vielleicht auch mal bei Tadio vorbei schon da einmal das Meta-Event mitmachen. Also wirklich einen bunten Mix heute. Je nachdem, auf was wir Lust und Laune haben. Vielleicht mal wieder eine Runde Dragon Stand. Also einfach wirklich alles Mögliche. Bunt durch die Bank und zwischendurch immer wieder ein bisschen PvP. Ja, und ihr könnt natürlich auch über den Chat gerne eure Ideen und Vorschläge mitteilen, was das anbelangt, was wir in Guild Wars machen. Ob wir noch was anderes außer Guild Wars 2 heute spielen, kann ich nicht 100% sagen. Ich bin auf alle Fälle gerne für Vorschläge offen. Ich habe jetzt aber nichts geplant aktuell. Weil Garden Warfare werden wir erstmal nicht spielen. Skyrim ist ohnehin morgen. Hero Defense ist morgen. League of Legends habe ich das Gefühl kam nicht so gut an. Diese League of Legends Zuschauerschaft von damals habe ich einfach nicht mehr. Und die anderen Leute waren glaube ich nicht so interessiert dran. Ich spiele momentan wieder sehr gerne Hearthstone. Ich glaube aber nicht, dass ich da die Leute dafür habe, die das sehen wollen würden. Ähm, was spiele ich ansonsten ganz gerne? The Culling spiele ich ganz gerne. Vielleicht spielen wir gegen Abend einfach nur ein, zwei Runden The Culling. Das wäre vielleicht auch noch ganz witzig. Müssen wir mal gucken. Aber das ist was, was ich eher erst gegen späterer Stunde spielen kann. Weil es, das ist doch ein bisschen, naja. Wer Hunger Games kennt, ähm, kann sich vorstellen, wie The Culling funktioniert. Ja, äh, heute ab 18 Uhr geht's los. Ich freue mich auf euch. Alles Wichtige steht in der Videobeschreibung oder auch auf meinem Twitch-Kanal. Ähm, ja, twitch.tv slash judatrin unten drunter. Also, ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao.